So Freunde der Spielkultur, wir spielen, also beziehungsweise angespielt machen wir mal Harle, äh nicht Harlequin, Star Renegades, was, ich hab mir im Kopf was zusammengelegt, eigentlich schon vom Satz her, aber ist jetzt auch egal, Star Renegades würde ich einfach spielen und anspielen, weil es ist von dem Machen von Harlequin 6, das ist ein Rootelike Spiel, was schon, boah, was vor 4 Jahren mal rauskam in Pixelgrafik, äh, Rootelike, RPG, Strategie, war das damals mit dem Raumschiff, so ein bisschen wie Fast as an Light, aber dass du auch eine Flotte haben kannst und einzelne Leute und hast auch Außenmissionen gemacht, war eigentlich eine ganz coole Sache, weshalb ich natürlich, jetzt wo sie ein neues Spiel gemacht haben, ähm, wo es halt irgendwie 900 positive Bewertungen hatte bei Steam, könnte das hier auch ganz gut geworden sein, weil es auch wieder in dieselbe Richtung geht, nur nicht im Weltraum, sondern es geht um Helden, die gegen unterschiedliche Monster kämpfen, ähm, das Ganze auch wieder mit RPG-Elementen, und das ist jetzt auch mal eine erste Partie, wo wir gemeinsam jetzt nochmal so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde reingucken, was denn Star Renegades überhaupt ist, wir werden jetzt einfach spielen starten, neues Spiel, null Missionen geschafft und ich glaube, man muss mit einem Team nämlich jetzt endlich jetzt, ja, zufällig generierte Missionen erfüllen. Musik 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 Party Hart Über Norrus zerstört ein kleiner Trupp mysteriöser Angreifer die mächtige Armada der Sternenunion. Die überlebenden Raumjäger versuchen sich trotz Verfolgung durch unerbittliche gegnersche Geschwader neu zu versammeln. Bin, antworte bitte. Gib ein Lebenszeichen von dir. Alles in Ordnung, Dev. Diese gegnerschen Jäger sind gut. Wirklich gut. Ich hatte Glück, dass ich heil landen konnte. Und ich muss sagen, wenn ihr mal in Harlequin 6 reinguckt von damals, das ist auch so Pixelart-Grafik. Die haben ganz schön was dazugelernt. Du kriegst Punkte dafür, dass du die ganzen Gebäude verfehlt hast. Verdammter Zub-Zub-Mist. Ich werde von noch mehr Jägern verfolgt. Wo kommen die nur alle her? Bin in der Nähe des Zugs nach Fort Garren gelandet. Bin ich rechtzeitig zur Basis gelange? Kannst du die Flugabwehrkanonen aktivieren? Genau mein Gedanke. Das wäre eine nette Überraschung für die Jäger, die mir folgen. Guter Plan. Ich melde mich, wenn ich bei der Basis bin. Ende. Nicht die beste Verwendung für Steuergelder. Weißt du was? Klar, diese Typen aus einer anderen Dimension haben gerade unsere Armada zerstört. Aber ich glaube, wir sollten uns anhören, was sie nach der Eroberung überhaupt vorhaben. Vielleicht wollen sie ja die Steuern senken und die Armee auslöschen. Damit könnte ich mich sogar anfreunden. Hm, wer hätte gedacht, dass Norosch jemals einen solchen, solcher Kampf bevorstünde. Das ausrechnet vor der Reisesaison. Ich bin ruiniert. Oh, sicher. Die Regierung will uns weismachen, dass eine ganze Flotte einfach so aus dem Nichts auftaucht. Als nächstes verabschiedet sie bestimmt ein paar Gesetze, um Vorräte von mega nuklearem Material zu beschlagnahmen, obwohl es mir gehört. Danke für deine Hilfe, aber könntest du bitte jemanden herschicken, der dieses qualmende Wrack beseitigt? Wir haben Kinder hier. Ich empfange seltsame Signaturen aus diesem Zug. Irgendwas sagt mir, dass es keine Pendler sind. Diese Angreifer haben doch auch Bodentroppen, oder? Fight ready. Mal sehen, wie die sich so im Nahkampf schlagen. Jetzt triffst du mein Schicksal. Ich denke, du meinst wohl eher dein Schicksal. Ach, egal. Wird dein Kinderspiel. Ich erledige ihn mit einem Spalter. Der Kampf in Star Renegance ist deterministisch. Dies bedeutet, dass du die Aktionen deiner Gegner im Voraus weißt, was dir die folgenden Möglichkeiten verschafft. Verteidigung, Crit, Verlangsamung oder Verzögerung. Alle Aktionen werden auf der Zeitleiste entsprechend ihrer Ausführungszeit angezeigt, mit der Ausnahme von sofortigen Aktionen, die umgehend ausgeführt werden. Jede Runde dauert 60 Sekunden lang. Die aktuelle Gesundheit der Einheit wird in den Statusbalken über den Köpfen angezeigt und besteht aus Schilden, Gesundheit und Rüstung. Effekte werden ebenfalls über den Statusbalken angezeigt. Effekte werden ebenfalls über den Statusbalken angezeigt. Bei Gegnern siehst du die Aktionen, die sie ausführen werden. Schilde regenerieren sich am Ende jedes Kampfes. Gesundheit und Rüstung können beim Lagern geheilt werden, beziehungsweise repariert oder gesteigert werden, oder mithilfe von Gesundheit und Rüstungskits, die in der Welt versteuert sind. Also an sich in der Zeitlinie, wann mein Angriff kommt oben. Das mag vielleicht dumm sein, aber ich sollte ihn treffen, bevor er mich trifft. Ich werde neu kalibrieren und ihn mit einem Schlag kritisch treffen. Ein Krit erfolgt, wenn eine Einheit getroffen wird, bevor sie ihre Aktion ausführen kann. Der angewandte Krit-Bonus wird unter der Hauptinformation der Angriffskraft angezeigt. Kritz verursachen zusätzlichen Schaden. Verzögern die gegnerischen Angriff durch dringend Schilde oder Rüstung, beschädigen Rüstung oder haben andere verheerende Effekte. Aber sei Vorsicht, Gegner können deinen Helden ebenfalls Kritz zufügen, wenn sie die Helden treffen, bevor diese ihren Angriff ausgeführt haben. Achso, der wird durch den Krit 20 Sekunden nach hinten geschleudert in der Aktionsleiste. Das wird dann später, verstehe ich, schon eine gewisse Mechanik sein, dass du mit manchen Helden, weil du wirst später natürlich einen Trupp haben, versuchst, die Gegner in der Zeitleiste nach hinten zu schieben und mit einem anderen Stärke Kritz zu machen. Verlangsamen und Verzögerungen. Angriffe können die Aktion eines Gegners verlangsamen, sodass sie später in der Runde stattfinden und dein Trupp mehr Aktionen und Kritz ausführen kann, bevor der Gegner reagiert. Die Verlangsamung, die ein Angriff bei einem Krit verursacht, wird in grün neben dem Symbol für die zeitliche Verlangsamung angezeigt. Das sind diese Sekunden hier. Mit sorgfältiger Planung kannst du Angriffe verketten, um mehrere Verlangsamungen in einem Gegner zu verursachen und du kannst ihre Aktionen verzögern, indem du sie in die nächste Runde schiebst. Gegner besitzen jedoch ein Verlangsamungslimit, das angeht, wie oft sie verlangsamt werden können, bevor sie immun sind. Dies ist auf der Zeitlinie neben ihrem Porträt zu sehen. Das Verlangsamungslimit eines Gegners erhöht sich wieder, nachdem sie eine Aktion durchgeführt haben. Zeit, das Ganze zu beenden. Ein Schlag dürfte reichen. Aber witzig, dass die in der Pixelart einen 3D-Effekt so eingefügt haben. Das sieht irgendwie irritierend aus. Okay, ich bin bei der Basis, wie ich es mir schon dachte. Sie wurde von einer Art EMP getroffen. Immerhin ist die Küste rein teleportiert. Unionsspezialisten haben jahrzehntelang daran geforscht. Wie machen diese Typen das nur? Sie sind vielleicht weiterentwickelt als wir, aber im Kampf können wir sie wenigstens besiegen. Mal sehen, wie ich mich gegen den Nächsten schlage. Vergiss nur nicht dein Training, dann klappt das schon. Wow, die Erde hat sich wohl stark genug bewegt, um eine von diesen Titanen-Händen freizulegen, was? Hi, Torison. Nice to meet you. You can't... Uh, the Twitter account is a bit different because you have something like dare-proof. But you will find the link here in the Twitch account. Would be really nice. I can make something like a giveaway. Twitter DM is working. Twitter DM is working. at press dot D and E Give me a second. Ach, da kommen die Entwickler einfach in den Stream. Thank you. Das Imperium lässt sich brennen. Klingt so, als wäre ein Wundbalsam. Genau das Richtige dafür. Wie wäre es mit einem Spalter? Spalter. Da muss ich kurz mit einem der, äh... Raw Fury Leute reden. Weil ich hier noch mitten in der Nacht streame. Gute Nacht, Robbo. Das hat nicht funktioniert. Vielleicht eine Spur leichter. Dann halt ein Heap. Alle Angriffe haben einen Kernschadensart. Die beschreibt, um was für einen Angriff es sich handelt. Thank you. I will take a look later. It's already really late here in Germany. So I... After I, äh... Played a video game. I go to bed. And I read your mail tomorrow. Es gibt folgende Angriff. Leichter Angriff. Auf normaler Angriff, Schwerangriff, Multiangriff, Flächenangriff, Gegenangriff und Komboangriff. Gegner können eine Schwäche gegen bestimmte Kernschadensarten haben und dadurch zusätzlichen Schaden und Verlangsamung erleiden. Sie können jedoch auch Resistenz oder sogar Immun gegen Kernschadensarten sein. Und nur wenige oder keinen Schaden und Verlangsamung erhalten. Ich bin gerade ein wenig irritiert. Also ich sehe halt das schon mit dem Schild. Der Heap schiebt den jetzt eine Runde weiter. Dadurch würde sich mein Schild regenerieren. No problem. I hope someone... A few people like your game. Not someone if... Da ist der Blutungseffekt schon besser. Und jetzt noch ein Schlag für noch eine Verzögerung. Ach so sehe ich die Werte. Und die Eigenschaften unten in der Seite. Ah ne, hier kann ich die Einheit... Und da kann ich sehen, was die Schwächen sind. Minus 50% Verteilung gegen normale Angriffe. Und hier wird mir so angezeigt, dass die Schwäche gegen normal existiert. Ach, weiter so. Es ist alles okay. Hm? Ne, nicht mich anmeckern. Sein Versorgungslimits erreicht. So viel zum Verlangsamen. Ich muss mich verteidigen, um den Schlag seines Flammenangriffs zu minimieren. So, jetzt kann ich dich nicht nach hinten schieben. Deshalb muss ich in die Verteidigungsstellung gehen. Okay, jetzt reicht's. Dann wollen wir deine Rüstung mal mit... Mit Entzweien knacken. Rüstung absorbiert Schaden, bevor Gesundheit abgezogen wird. Die Höhe des Schadens, der pro Treffer absorbiert wird, entspricht der vorhandenen Rüstung. Beispiel, gesamte Angriffsschaden 20, Rüstung 15, sich ergebende Gesundheitsschaden... Ja, 5. Aber Rüstung kann natürlich geknackt werden. Da sehen wir ja auch den Abzug der Rüstung direkt. Haben sie also wirklich ein paar Gedanken gemacht, wie man einen Kampf... ...interessant gestalten kann. Seine Rüstung ist völlig hinüber. Das muss ich ihn erledigen. Ich verpasse ihm noch einen Schlag. Mit einem Schlag ein Crit. Explosion, Epilepsie. Ich könnte jetzt eine von diesen Kanonen gebrauchen. Mir sitzen ein paar Jäger im Nacken. Verstanden. Also musst du ja deine kleine Schwester mal wieder den Allerwertesten retten. Mit den riesigen Asia-Händen. Und dem riesigen asiatischen Schwert. In Fort Garren war während der Fluxkriege viel Trubel. Aber jetzt wird es hauptsächlich zum Training genutzt. Ich habe kein Deutsch mehr drauf. Zum Training genutzt. Okay, Dev, die Kanonen sind einsatzbereit. Ich bringe die Jäger direkt zu dir. Balle einfach drauf los. Es dürfte ein Kinderspiel sein. Äh. Wo ist dieses seltsame fremde Schiff hergekommen? Ich habe da ein ganz mieses GIF. Davion zieh hoch. Irgendwas hat von außen die Kontrolle über die Kanonen übernommen. Tja. Die Landung habe ich wohl vermasselt. Dav, du lebst. Wir müssen hier weg. Kannst du laufen? Alles in Ordnung. Bin nur etwas wackelig auf den Beinen. Das war knapp. Ich habe gefunden, wonach du suchst, Mutter. Es ist so erbärmig, wie du gesagt hast. Dein Leben ist unbedeutend. Klingt fast wie Papa, oder? Lass die Witze winnen. Vergiss nicht, seine Schwäche zu finden und sie wieder und wieder auszunutzen. Hm, vielleicht klinge ich jetzt wie Papa. Kampfgrundlagen, Inspektionsmodus. Nutze den Inspektionsmodus, um die Werte einer Einheit und ihr anvisiertes Ziel zu sehen. Im Inspektionsmodus siehst du auch die Eigenschaften und Effekte einer Einheit, sowie deren Schwächen, Stärken, Resistenzen und Immunitäten. Wenn du einen Gegner ins Ziel nimmst, siehst du, was deine Aktionen diese Runde wahrscheinlich bewirken werden. Falls dein Gegner durch deinen Angriff vorsichtig stirbt, wird ein Todesschusssymbol angezeigt. Wichtig, Schadensverhersagen und das Todesschusssymbol sind nicht immer 100% zuverlässig, denn es können viele Dinge, Heilung, Schadensschwächung, Verteilungsstärkung geschehen, bevor der entscheidende Angriff erfolgt, wodurch sich das Ergebnis noch ändern kann. Schwäche gegen schweren Angriff. Also Spalterangriff. Spalterangriff. Ich hab jetzt gar nicht dran gedacht, dass ich ja den nicht nur schwächen muss, sondern auch zurückschicken muss. Also nach hinten schieben. Wenn ihr erinnert euch an diesen Kombo-Angriff, den wir immer geübt haben, bei dem wir den Fenster des Papas Gravitationsspringer kaputt gemacht haben, den Fenster, die Fenster. Genau den, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, den nochmal zu versuchen. Gute Idee, achte nur darauf, dass wir zuvor genügend Zorn generiert haben. Deine Helden generieren Zorn, indem sie beim Gegner Kritz und Verzögerung verursachen. Kritz generieren ein Zorn, Verzögerung generieren zwei Zorn. Kombos sind spezielle Manöver, die Zorn kosten und von zwei deiner Helden gleichzeitig ausgeführt werden können. Dabei kann jede Kombo nur einmal pro Kampf ausgeführt werden. Kombos stehen nur Helden zur Verfügung, die starke Beziehung zueinander haben. Diese können beim Lagern verstärkt werden. Also werden später wohl einige andere noch dazu kommen. So, damit schiebe ich denn jetzt eine Runde weiter. Mein Gott, die Lichteffekte. Epilepsie. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, kann man Tastenbelegung ändern? Natürlich nicht. Das ist nämlich dieser Klassiker. Das Y, also beziehungsweise Z und X sind jetzt hier zwei Tasten, die essentiell sind. Das ist natürlich für eine englische Tastatur super. Für eine deutsche Tastatur ist das halt kacke, weil Z und X auseinander liegen. Ansonsten würden die nebeneinander liegen. Was natürlich die ganze Bedienung so ein bisschen ärgert. Naja, keine leichten Angriffe benutzen, so einfach. Mehr Spalter. Und den Sphinx-Schlag. Meine Güte. Äh, Pixel hat es schön animiert. Ein kleiner Rückschlag. Mutter wird bald ihren Sieg bekommen. Zurück, Winn. Ich kümmere mich um diesen Typen. Was ihm an Charisma fehlt, machte er mit Abscheulichkeit wett. Mutter will nur dich, Davion. Süfex. An der Frau ist sie nicht interessiert. Hä, sind wir nicht beides Frauen? Das machst du nicht allein, Dev. Wir müssen zusammenarbeiten, um ihn zu besiegen. Oh, es gibt keine Analyse. So brechen wir erstmal Rüstung von ihm. So langsam ralle ich's. Ich bin, wir müssen hier. Ich bin, wir müssen hier, wenn ich einen träumen. Aber das istché, ist kein räumper. Wenn ich das jetzt schade, ist es spannend. Also, wir müssen hier, wenn ich den Kreme hinfüren. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Genug, das dauert viel zu lange. Und das Ergebnis ist unausweichlich. Darf zurück, sei vorsichtig. Ich glaube, wir müssen verlieren. Noch mal Rüstungsschlag. Obwohl wir... Wir zerspettern gar keine Rüstung von dem. Nein, das darf nicht wahr sein. Mutter, ich habe getan, warum du mich gebeten hast. Hol mich zurück, ich halte nicht länger durch. Nicht aufgeben, Duff. Ich schaffe das nicht ohne dich. Duff, komm schnell, steh auf, bitte. Ich schaffe es nicht ohne dich. Lädt. Im Thronsaal erhältst du Informationen über die Hierarchie des Imperiums, so wie alle aktuellen bekannten Anführer, Behemoths und Widersacher. Von Zeit zu Zeit wirst du hergebracht, um Ereignisse innerhalb des Imperiums beizuwohnen, wie zum Beispiel Toden, Beförderung und Vorstellungen. Du kannst den Thronsaal des Imperiums auch direkt im Hauptmenü öffnen. Widersacher sind Elite-Soldaten des Imperiums. Sie sind stärker zähe und haben einziger Art und besondere Eigenschaften und Fähigkeiten. Sie haben auch besondere Persönlichkeiten, sodass kein Widersacher dem anderen gleicht. Weißt du, wie das ist? Wie hier beim Herr der Ringe-Spiel mit diesen unterschiedlichen Ork-Bossen. Und du musst dich wahrscheinlich bis nach oben kämpfen, um, sag ich mal, diesen Imperator zu tüten, beziehungsweise Mutter dann. Halt aber dann halt Rook-Like hier gegen unterschiedliche Pixel-Gegner und nicht gegen Ork-Anführer oder Ork-Bosse, die dich zur Strecke gebracht haben. Widersachen können ja befördert werden, können sich entwickeln und werden stärker, wenn es ihnen gelingt, dich zu besiegen. Wenn du einen Widersacher besiegst, erhältst du meistens eine seltene oder epische Belohnung. Ja. Ah, finde ich gut. Danke, Micha Rebel, für dein Upgrade auf der Stufe 1 Abonnement. Danke sehr. Da sehen wir nämlich hier den Herold. Ah, ich weiß nicht mehr, wie das... Ich glaube, Legacy-System war das bei dem Herr der Ringe. Ich versache bei... Ja, Schatten des Krieges. In der Zwischenzeit an einem anderen Ort. Da, ich hab sie. Da greift das Imperium als nächstes an. Sie müssen mit der Invasion bereits begonnen haben. Okay, jetzt muss ich... Muss ich dich nur noch einschalten. Wunderbar, alle Systeme sind einsatzbereit. Vielleicht ist dieser Kampf doch noch nicht vorbei. Habe ich gut hinbekommen. Sie sieht aus wie ein ganz normaler Servobot. Wird sicher nützlich sein. J5T1N. Wir müssen nach draußen. Geh voraus. Oder Nemesis-System. Du hast nachgeguckt, Dragon. Hä? Normalerweise stehen diese Gebäude nicht in Flammen. Der Angriff ist vorbei, aber sie kommen bald zurück, um den Job zu Ende zu bringen. Wir müssen uns beeilen. Der Eintrittspunkt ist hier drüben. Pass auf, J5. Du musst durch dieses Portal gehen und eine sehr wichtige Nachricht von mir überbringen. Finde Professor Zurek. Das ist die einzige Person, der ich trauen kann. Sie mag vielleicht etwas mürrisch sein, aber so sind Genies eben manchmal. Finde sie und spiele die Nachricht ab, die ich dir gegeben habe. Schaffst du das? Bip, bip. Ich fasse das mal als ein Ja auf. Unzige Leben hängen davon ab, dass du das tust. Lass dir das ja nicht zu Kopf, äh, übermäßig in deine Sphären steigen. Geh durch das Portal, wenn du bereit bist. Was ist? Mach dir über mich keine... Mach dir über mich keine Sorgen. Deine Mission ist das Einzige, was noch zählt. Okay, es geht los. Hoffentlich funktioniert da... Er hat's geschafft. Gut. Hoffentlich kann er... Da seid ihr ja. Worauf wartet ihr noch? Ihr habt mich, oder nicht? Zeitreise. Viel von euch haben mir erzählt, was Davion ihnen bedeutet. Dafür danke ich euch. Ich wünsche nur, Davion wäre hier, damit ihr es ihm direkt sagen könntet. Ich dachte, Davion wäre ein Mädchen von Anfang an. Danke, Vin. Eine Schweigeminute für unsere gefallenen Krieger, bitte. Das ganze Gerede von interdimensionalen Invasionen ist nur schwachsinniger Verschwörungsunsinn, der uns von der Geheimvereinigung der Konzerne aufgezwungen wird, die den Regierungsrat und damit uns alle kontrollieren will. Das wird sich alles wieder beruhigen. Ich gehe einfach in meinen Bunker ganz tief unter der Erde. Ich hoffe nur, wenn das hier wirklich eine interdimensionalen Invasion ist, dass vor dem Tag des Lebens alles vorbei ist. Kommen wir zur Sache. Ich wurde von einigen gefragt, was der Rat gegen die Angreifer unternehmen wird. Immerhin haben sie die Armada zerstört und Colonel Cyphix getötet. Und als Mitglied des Generalstabs sage ich, wir haben einen Plan. Wir werden die Armada wieder aufbauen und das größer denn je. Okay, wir werden dieses Schiff in die Hölle zurückschicken, aus der es gekommen ist. Ja, natürlich. Total hilfreich, vor allem. Ich habe doch gesagt, dass ich... Seufs, komm her und überbring mir deine Nachricht. Hä? Die Nachricht an sich selbst. Untersuche gerade das wichtige, unerklärliche Quantenphänomen meiner Karriere. Also hoffe ich, dass es echt wichtig ist. Hallo, Dr. Zurek. Okay, das ist wichtig. Ich will gleich auf den Punkt kommen. Ich bin du und du bist ich. Wir stammen aus verschiedenen Realitäten. Ich weiß, dass das sehr verwirrend ist, selbst für dich. Ich habe diesen hyperfortschritten Servobot durch die Quantenkluft geschickt, um dich zu warnen. Meine Realität wird angegriffen, schon in diesem Moment. Hat das irgendwas zu tun mit dem Q71-Verstrickungsphänomen, das du über Norrush entdeckt hast? Ganz genau. Du hast sicherlich den Rat der Sternenunion alarmiert. Und sie haben die Armada losgeschickt, um die Sache zu untersuchen. Bald wirst du erfahren, dass die Armada von einem Raumschiff zerstört wurde, das über unglaubliche Kräfte verfügt und sich in der Verstrickung versteckt hatte. Dieses Schiff stammt aus einer anderen Realität und sein Ziel ist, seine gesamte Galaxie zu erobern. Ich weiß das, denn meine haben sie bereits erobert. Ich muss sie warnen, dafür ist es zu spät. Aber wenn sich der Rat bei dir meldet, um mehr über Parallelrealitäten zu erfahren, musst du einen Plan parat haben. Und hier komme ich ins Spiel. Ich kenne die nächsten Schritte dieser Invasoren und ich weiß, wie du sie stoppen kannst. Wenn du meinen Anweisungen folgst, hat deine Welt eine Chance. Wenn du aber scheiterst, schicke J5T1N bitte weiter in die nächste Realität, die sie erobern wollen. Denn sie werden nie aufhören. Gut, hör zu. Hier ist der Plan. Der erste Schritt lautet, wende dich an General Geddon und spiele ihm diese Nachricht vor. Du musst es ihm erklären, aber er wird dir helfen, einen Trupp zusammenzustellen, der diese Invasion beenden kann. Hm. Ach, das ist einfach der erste Planete, die Zeit ist gekommen, die Einheimischen zu unterwerfen. Tut mir leid, die Techniker hatten eine Samfelllandung vorausgesagt. Ich habe schon schlimmere Landungen erlebt. Solange du und J5T1N es überlebt haben, ist das ein voller Erfolg. Du sollst deinen Kameraden mit den Kapseln helfen, sie scheinen Probleme mit den Klappen zu haben. Ich bin dran. Los, J5T1N, hilf mir mal. Nodo Kaltoris. Ich bin voll und ganz eindangsbereit. Räuchern wir diesen Typen aus. Oder diese Typen. Was machst du da? Ich rede nur wie ein Space Marine. Gefällt es dir nicht? Dann wechsle ich eben wieder zum Nodo Normal Style. Das wäre nicht schlecht. Null Probleme, dann eben normal, Junge. Jux NRZA. Schieß dich den Renegades an. Wie war die Reise? Gelobt sei Lord Butula für unseren sicheren Transport zum Schlachtfeld. Ja, ja, gelobt seien die Titanen und so weiter und so weiter. Schon klar. Hör zu, du versuchst doch nicht wieder, mich zu bekehren, oder? Genug Gequatsche. Drückt aus und übernehmt die Kontrolle über die Imperium-Basis. Tötet alles, was euch verlangsamt. Aber werdet nicht übermütig. Einer ihrer Elite-Offiziere ist in der Basis stationiert und ihr müsst ihn besiegen. Wir bleiben in Kontakt, um euch unterwegs mit Missionsdetails zu versorgen. Sichern und laden, Jungs. Erfassen wir diese Imperium-Drohnen und schicken sie ins Jenseits. Abmarsch. Siehst du, ich habe doch gesagt, so reden Space Marines. Meine spirituellen Lehren sagen, dass uns beide Wege zum Ziel führen. Deine Weisheit kennt wirklich keine Grenzen. Hey, Chefin. Nur, dass du es weißt. Diese Fundamentalistischen können mit Sarkasmus nur wenig anfangen. Das ist wahr. Wir predigen eine radikale Form des ehrlichen Diskurses ohne Übertreibung oder irgendeine Form von Subtilität. Okay, für zwei Uhr morgens ist das einfach ein zu harter Text. Echt? Nein, das war nur eine Demonstration von Sarkasmus, du dummer Mensch. Oh, nicht schlecht. So, anscheinend sammeln die DNA und du kannst dann den Trupp leveln. Es gibt eine Formation. Wer vorne und hinten steht. Das müsste mich auf diesen Imperium-Bereich bringen. Schwäche gegen Multi-Angriffe. Mission abbrechen. Und man sieht, ich glaube, sechs Leute wirst du am Ende haben. Noch jemand begeistert von Riesenhänden. Am Ende ist und bleibt es nur eine Hand, aber eine wirklich alte Hand. Stell dich mal auf die Hand. Keine Sorge, die geht nicht zu. Glaube ich zumindest. Lagerkartenbelohnung. Repariert 50 Rüstung. Plus 4 Rüstung verbraucht sich bei der Benutzung. Ich glaube, Standort zurücksetzen setzt einfach die Karte zurück. Da kommt das DNA-Zeug her. 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 Naja, plötzlich habe ich auch weniger Fähigkeiten. Kannst mit Blitz jemand 5 Sekunden zurückschleudern? Ja, warum nicht? Na, es reicht, um den in die nächste Runde zu schleudern. Hm. Du gehst in Verteidigungshaltung. Du gehst in Verteidigungshaltung. Da soll er gehen. Das hatten wir. Wie hat er an der AbcagegeSE sa度 multilabhängig? Noch das kommt. Das hat ein Microflotteuge genutzt. So glaube ich habe vor- und wir ernallo Steam. Als neue Abcapistante gesellen wird dabei. Aber vorher sollte man damit nicht mit Verteidigungshaltung gehen. so dass wir den töten da kannst du mit normalen Schlag in den nächsten Zug schleudern wenn das noch nicht reicht können wir hier den Todesschuss noch ansetzen ok es reicht nicht aber es geht alles nur auf die Schilde die sind ja eh nach dem Kampf wieder regeneriert und ja man kann mit der Taste vor spielen ich muss sagen die Kreaturen haben einen starken Kampfeswillen schön für sie leider muss ich ihrem Leben ein Ende setzen anscheinend können wir an manchen Punkten dann nicht mehr zurückgehen so ein Scheiß zugesehen für einen Weg seltsam was es auf einmal so viele Kristalle auf Menko gibt der Planet ist eigentlich nicht dafür bekannt mein drittes Auge ist noch immer zu der Kristall ist wohl kaputt ist da jemand ist da drin jemand gefangen nur Spaß wenn du genügend DNA erhalten hast kannst du deine Helden Stufen aufsteigen lassen die Stufen werden zurückgesetzt wenn du zur Renegade Basis zurückkehrst und zur nächsten Dimension springst das ist glaube ich wenn ich verkacke nutze DNA für Stufenaufstieg der Stufenaufstieg steigert Gesundheit und Schaden und gewährt möglicherweise eine neue Kraft oder eine Lagerkarte mögliche neue Kräfte und Karten werden im Infofenster das Helden angezeigt plöp und Credits wird es auch noch für irgendwas ausgeben was hier oben links ist keine Ahnung hat das Spiel mir noch nicht erklärt Ausrüstung beeindruckende Technologie doch sie ist und bleibt verflucht die Technologie des Imperiums ist uns in allem überlegen also solltet ihr klauen so viel ihr könnt ich würde sie zu gerne analysieren wir können von diesen Invasionen einiges lernen bevor wir sie auf den vierten Server der Cyberhülle schicken tolle Technologie aber ist euch nicht auch aufgefallen dass die Imperialen Soldaten ein wenig dumm sind ich vermute fast dass die Quanten durch querende Reise sich auf die Hirnfunktionen auswirkt das würde erklären warum sie über ein fortschrittliches KI-Noralnetz verbunden sind aber niemand weiß genau warum sie diese KI als Mutter bezeichnen darum bin ich froh dass Bots keine Eltern haben nur allmächtige Erschaffer die uns völlig legal auseinandernehmen können wenn sie wollen oh meine Güte was diese Riesenkanone wohl symbolisieren soll ich möchte echt nicht im Visier dieses Babys sein ich muss zugegeben die Größe dieser Kanone macht mich schon neidisch die Kreaturen aus dieser Dimension sind widerlich das sind jetzt die Bosse da jetzt müsste der Kampf sich zu meinen Gunsten wenden das Imperium hält zusammen hmmm erzürnt wenn Rüstung beschädigt wird hast Rüstungsschaden schwäche gegen Multiangriffe das ist Verbündeter gewährt Deckungsfeuer. Verbündeter gewährt Deckungsfeuer. Ich weiß nicht, was die Bereitschaft machen würde. So schlägt ein Krieger einer echten Dimension zu. So, ich habe hier die nächste Runde geschleudert. So schlägt er bei dem anderen auch noch hin. So schlägt er bei uns. Jetzt kann er sich gar nicht mehr aufregen. So schlägt er auf mich wegen dem Bereitschaftsfeuer. Macht aber nichts, sie greifen mich jetzt eh beide an. Und so geht es einfach in die Verteidigung. Schilde werden ja aufgeladen. Verdammt, war gar kein Angriff von denen geplant. So schlägt er bei uns. Ach, das ist eine freie Aktion. Den Gegner zu verspotten. Mein Fehler. Aber die kostet halt 20 Zorn. Wirklich den in die nächste Runde geschoben. Kannst du auch einfach eine Entladung machen. schlägt er bei uns. Aber man sieht hier oben auch am Icon, wen sie angreifen werden. Das ist aber eigentlich, dass ich den einen noch in die nächste Runde gedrückt kriege. Ich glaube, deinem Bruder geht es nicht gut. Oder deinen Kameraden. Aber schön, dass du eigentlich alles beschleunigen kannst. Du hast keine Zeit, machst du das halt. Widerstand gegen schwere Angriffe. Hat sich die Leiche von seinem Bruder jetzt auch noch bewegt gehabt? Ist doch egal, der stirbt jetzt eh. Sehr gut. Leutnant Liquidator. Ein Wissen erhalten. DNA. Diese Einheimischen sind stärker, als sie aussehen. Getötet. Fünf andere Folgen. Laserschwert. 25% Schaden gegen Gesundheit. Bewirkt Bestreit 2. Durchdringt Rüstung zu 25%. Bewegt Verbrennen 2. Ne, wenn dann muss ich... Ach, unzureichende Stufe. Das ist das Problem. Dann verstauen wir den erstmal. Gute Arbeit. Ihr habt diese Teufel vernichtet. Ihre Basis gehört jetzt euch. Ihr habt euch eine Pause verdient. Schakt das Lager auf. Ruht euch aus. Und am Morgen geht es dann weiter. Im Lager können sich deine Helden ausruhen. Heilen, Stärkungen anwenden und Zuneigung entwickeln. Jeder Held verfügt über eine eigene Lagerkarte, die auf sich selbst oder andere Helden ausspielen kann. Lagerkarten kosten Lageraktionspunkte. Links oben. Sie erhöhen die Zuneigung zwischen Helden, gewähren besondere Statuseffekte, verbessern die Rüstung oder heilen sogar verlorene Gesundheit. Die Lageraktionspunkte werden von allen Helden geteilt. Wenn deine Helden Zuneigung zueinander entwickeln, stärken sie ihre Beziehung untereinander und schalten Unterhaltung und Boni frei, wie beispielsweise vorteilhafte Eigenschaften, Kombo-Kräfte und manchmal sogar kleine Nachwuchshelden. Pröstende Worte. Er hat zwei Zuneigung, wenn du diese Karte anwendest. Die Bruderschaft wird deine sein. Ach, ist wie ein richtiger Dating-Simulator am Lagerfeuer. filling in der Nachteil. Er hat zwei Zuneigung, wenn wir in der Nachteil automatisch vertreten, werden wir vertreten, können wieder gelungen. Er hat zwei Zuneigung, wenn er die Zuneigung gegen die Zuneigung nach den Zuneigung hinweisen,aaa-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding. Ist das eigentlich einfach Sci-Fi? Jetzt geht's los. Mutter, gib deine Befehle, dann führe ich sie so gut wie möglich aus. Alle mal zuhören, ich habe ein Missionsupdate. Wenn das Imperium diese Energiequelle in die Hände bekommt, können sie ein Dimensionstor öffnen, das stabil und groß genug ist, um eine ganze Invasionsstreitmacht zu transportieren. Wenn es eins gibt, das der alte Nodo nicht mag, dann ist es, von einem eisernen Stiefel am Boden gehalten zu werden, aber vielleicht geht es auch nur mir so. Du hast den Ernst der Lage also verstanden. Was dagegen, meine Bezahlung schnell neu zu verhandeln? Wir haben erfahren, dass das Imperium in drei Tagen einen Biomoss her schickt, um den Titanenkern zu entfernen. Wenn ihr sie hier aufhaltet, können wir die Invasionspläne durchkreuzen. Das Imperium hat den Bereich mit Kraftfeldern versehen, in der Hoffnung, euch aufzuhalten. Zum Glück kann J5T1N ihre Systeme hacken. Die Professorin sagt, dass es ein neues Quantenreaktionsgerät ist, das sie aus gestohlenen imperialer Ausrüstung angefertigt hat, aber keine Ahnung. J5 hat nur ausreichend Energie, um drei Barrieren zu durchbrechen, bevor sie in der Nacht erneut aufladen muss. Behaltet eure Zeit und Ressourcen immer gut im Blick. Abmarsch-Buffet von J5. Langsam habe ich das Gefühl, dass ich nicht die Anführerin bin. Wenn sich ein Behemoth nähert, hast du eine begrenzte Anzahl von Tagen Zeit, die Landezone zu erreichen und ihn abzufangen, bevor der Planet zerstört wird. Wähle den Weg zu der Landezone, die mit einem Zielmarker versehen ist. Doch Vorsicht, wenn dir die Zeit ausgeht, wirst du automatisch versetzt, um dich dem Behemoth zu stellen. Jeden Tag hat J5T1N eine begrenzte Anzahl von Hacking-Ladungen zur Verfügung, um in die Gebiete einzudringen, die vom Imperium kontrolliert werden. Manche Bereiche sind mit dem Emblem des Imperiums gekennzeichnet. Diese Bereiche sind bald gesperrt, wenn du sie nicht zurückeroberst, bevor der Tag vorbei ist. Sie sind sonst nicht länger zugänglich. Das kostet, glaube ich, eine Ladung. 50% Verteidigung gegen Pyro. Pyro. Er hat seine Rüstung reparieren müssen. Puh. Puh, puh, puh. Puh, 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 puh. Puh, puh. Puh, puh. 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 Ich glaube, das reicht nicht. Nee, reicht nicht, um ihn ganz zu töten. Naja, dir tut ein paar Sachen weh. Explosion. Da fällt mir auf, ich glaube, ich könnte noch welche Level upen. Und hinzu kommt, ich habe auch noch im Lager die neue Waffe für den Typen, für den Revolverheld. Wenn ich herausfinde, wie ich mit den... Wie ich da rankomme. Ah, da. Ich glaube, sie haben wirklich eine Ausrüstung. Und eine Anzeige, wie sie zu ihren Freunden stehen. Okay, das gilt nicht als Durchbrechen. Da, da, da. Ja, da, da. Da, da. Da, da, da. Diese Widerstände halten sich für so toll, weil sie gegen uns kämpfen. Ist ihnen nicht klar, dass dieser Kampf bedeutungslos ist im Vergleich zum unvermeidlichen Hitzetod des Universums? Es ist wichtig, alle Dinge in der Relation zu sehen. Entschuldigung. Vor allem die mit ihrem Spieß, ey. Die greifen ja eh alle dich an. Hm. Ich kann doch Titanenstärke, ich kann doch eh alles angreifen. Das hat mich gerade ein bisschen irritiert. Ach, du hast eine Schwäche gegen Pyro. Du kassierst ja jeden Schuss Ich kann Schildgeber machen Ich schiebe es ein der Schlabiner eine Runde weiter Das ist ok, laden wir jetzt wieder auf. Blub, 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 blub Wie fühlt sich das an? Los jetzt! So, du hast Bereitschaft angemacht. Entladung schiebt alle 10 Sekunden nach hinten. Du gehst eine Runde weiter. Das wird euch töten. Also den Mega Blast muss ich auf jeden Fall in die nächste Runde schieben. Da reicht auch der geladene Schuss. Schildgeber. Hm. Tötig ein. Läderschlag 25. Also meine Schilde durchschlägt er so. Deshalb, selbst wenn ich verteidigen mache, meine Schilde werden zu spät aufgeladen. 40%. Ja, dann kann ich auch einen Angriff machen. Hat eine meine Rüstung zerstört. Das habe ich übrigens auch jetzt erst gereiht, dass die Rüstung nicht regeneriert wird. Die Rüstung wird, ähm, nur wenn ich am Lager eine Karte einsetze, repariert. So, du wirst angegriffen. Schlawiner. Kann ich's dagegen tun? Oder kann ich dich damit unterbrechen? Mit dem Trickshot. Ah, doch. Okay, ich kann was dagegen tun. Mutter, rette mich. Dafür ist es zu spät. Okay, ich kann was dagegen tun. Das, er versucht sich zu retten? Gibt's nicht. Widersacher, Lieutenant, gemeinsam besiegt, verbraucht sich bei Nutzung. Dynamisches Duo, Lagerkarte. Ich hab's wohl verdient. Aber wie soll es passieren, dass welche gegen mich gewinnen und dadurch stärker werden? Zumindest hat sie das Protokoll befolgt. Immerhin. Flinkfuß. Normale werden 5% schneller ausgeführt. Normale Angriffe. Bewirkt einfrieren. Und bewirkt zusätzlich 5 Sekunden Verlangsamung. Ja, dafür müsste es ja Stufe 4 sein. Ja, dafür müsste es ja Stufe 4 sein. Und jetzt müsst ihr ja nach dem Kampf ein bisschen in die Nacht wiederkommen. Und jetzt müsst ihr ja nach dem Kampf ein bisschen in die Nacht wiederkommen. Halt, Stopp. Na? Muss ich so machen, sonst kriege ich nicht in die nächste Runde durch die Angriffe. Anik. Hätte ich sogar so verlangsamt. Das ist nur ein normaler Gegner. Die Elite-Gegner sind die einzigen gefährlichen. So, du musst nur verteidigen. Du kannst das direkt mit dem Entladen machen. Und du machst dir nochmal einen Schuss. Nebelwand. Hallo, Holzkopf. Spalterentladung. Wieder nur verteidigen. Dann können wir den Trickshot einsetzen können. So, wenn J5T1 eine Ladung aufgebraucht hat, muss sich dein Trupp für die Nacht ausruhen. Du kannst dich in den zurückgeoberten Bereichen frei bewegen und mit Personen interagieren oder Nebenmissionen durchführen. Wenn du bereit bist, kannst du lagern und den Tag beenden. Vor allem mit Nebenmissionen. Also hier gibt es jeweils keine Nebenmissionen. Du bist dein eigener Freund. Du bist dein eigener Freund. Brauchen wir nicht Heilung? Ach, die kosten auch eine gewisse Anzahl an Aktionspunkte. Also es gibt starke Karten, die kosten mehr Aktionspunkte als etwas schwächere Karten. Ja, den Behemoth werden wir aber jetzt im Anspielen nicht mehr sehen, weil ich werde jetzt auch langsam ins Bett gehen. Aber auf jeden Fall ein ganz interessantes Rook-like Konzept. Ich denke, das sind jetzt auch alle Elemente gewesen, die da drin sind. Hier ist die Planeten durch und falls ein Trupp stirbt, springst du halt einfach eine Dimension weiter. Wisst ihr, was ich meine? Weil du bist ja, sag ich mal, also beziehungsweise Dimensionen, doch eine Realität weiter. Und dementsprechend wird das Spiel dann immer weitergehen, bis du, sag ich mal, wirklich Mutter besiegst. Und ich fand es jetzt von den Kämpfen gar nicht mal so schlecht gelöst. Macht auf jeden Fall einen ganz guten Eindruck. Muss ich so ein bisschen spielen? Dann kann ich da eher was zu sagen und mehr zu sagen. Das Einzige, wo ich mich so ein bisschen wundere, okay. Wenn wir natürlich getötet werden oder beziehungsweise komplett zurückfallen, natürlich verschwinden unsere Level-Ups. Und die Charaktere werden wieder auf Null gesetzt. Ansonsten wir das ein Balancing-Problem kriegen. Weil du sollst ja nicht aufgrund von Overpowering es schaffen, sondern daraufhin, dass du immer auf die Leute achtest. Und auch was für Schwächen der Gegner hat. Und auch die Spezialgegner hat. Aber schön. Harley-Con 6 war ein gutes Rude-Like. Das ist auch ein ganz gutes Rude-Like. Wer es mag, unterstützt die Entwickler. Wer nicht, soll zur Hölle fahren. Es ist einfach schon spät. Ich wünsche euch an der Stelle schon mal eine gute Nacht.